jetzt noch mal ganz schnell ohne t-shirt fürs thumbnail posen ja ja gut und rüstung wieder anlegen und auch los geht's mitten in den kampf rein mach auf die tür auch diese map kenne ich noch kenne ich noch vielleicht schlecht problem jetzt zieh ich nun mal wieder und Whoaa da ist schon überrandet oh oh gutartfach gutartfach oh meine Frisur, warte ab oh ok ok kann nur besser werden kann nur besser werden gutartfach ich würde doch lieber einen Sturm quereinstellen ja, wurscht ah was haben wir für plan läuft doch schon besser wo kommen die großen wo kommen die großen oh verklebsfeuer hat mich erwischt uff wollen wir uns den großen mal oh boy oh komm schon eigentlich kein feuer mehr wo wow sehr schönes Ding wow cool was gemacht glaub nicht böser sniper ich zeig zu wie das bis es läuft glaub ich nicht dass ich's durchschaffe und und ich muss auf jeden Fall Muni finden einfach zurückrennen ne passt schon wird schon wird schon Muni geben famous last words i go with ach doch ich weiß schon welche map das ist die wird nicht einfach glaub ich hätte doch nur Schwierigkeit lockerer nehmen sollen vielleicht nicht gleich überrannt kommen doch oder ach doch da sind sie wo teleportier rückzug oh 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 yeah oh oh yeah tor trug tor tor als ab als der juxthur station und ganz leicht ist ja entgemäß nicht einfach zum torschen Da wird schon besser geschnetzelt. Sniper zipft mich an ein bisschen. Komme ich da rauf? Nein. Will schon wieder nicht teleportieren. Das ist das Mass Effect 2. Ja, verdammter Sniper. Wo rennst du hin? Da mit dir. Und er stirbt einfach. Bosse. Oh boy. Einfach rein da. Das ist die Kinderschwierigkeit. Da komme ich zum Sniper rauf. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und stiegen runter. Ausgewichtene Junge. Uff. Hinter mir auch schon? Ja. Die Spiellaune ist die leichtere Schwierigkeit natürlich schon mal viel besser. Du Boss. Uff, 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 uff. Großer. Nur große. Oh, da ist die Hüfte. Oh, da ist die Hüfte. Und langsam. Sie hat es zu Boden geschafft. Die Hüfte. Oh. Oh, nicht anzünden bitte. Die Kugel hilft mir nichts, aber warum nicht drauf schießen? Nein. Hopp. Nachladen und dann von hinten. Ne, Mann. Uff, 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 uff. Ja, Moni. Und Überraschungsparty. Oh, Doppelkugeln, alles tot. Ja. 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 So schnell geht's. Ja, hallo Jungs. Doppelkugeln. Ne, lass mich zerstören. Was ist das jetzt? Oh. Oh. Kugeln. Oh. Ah. Die Kugeln haben schon rennt. Ich probiere das Video der Kinder wieder gerecht zu machen mit den Explosionen von Hüften und Hörportellen. Eine Überraschungsparty hinter mir. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? haben wir okay okay mal aufräumen Ich bin schon im Boss gekommen, ne, doch da ist ein Boss, ooooh, erwischt mich gleich, mach mal ganz schnell weg, hab schon wieder erwischt. Die können wir dann eh nix, ah, die Dance Moves, ich war vorhin und da stehen, in unserer Form, ja, so auch noch, warum nicht. Die Regel wie immer, solang es keine Vögel gibt, die mich attackieren, alles klar, alles easy. Auch du nicht, Junge. Nicht gut aus für dich. Okay, weiter. Was ist das? Ha, direkt auf der Kugel gelandet. Oh, der kriegt die Kugel nach. Leid für dich. Dann erwischt dich mal. Ah, jetzt wieder, sehr schön. Und Bloodshutter gemacht. Was? Und dannst du. Nepp. Und wieder fett Kugelkill. Ich glaube, da ist schon der erste Vogel. Ich hasse sie. Was ist da noch da? Kleiner. Und kleiner. Und runter mit dir. Sehr schön, sehr schön. Ich hab's da gerade ein Skelett von dem. Ich dachte, die haben keine Skelette. ist der vogel doppelpack wirklich muss das sein auch kein doppelpack mehr konnte er auch nicht machen kommt schon ein junges sehr schönes ding ab und ab, vogel auch und mit ihr und damit hier rund um die türen was das nächste ich muss wahrscheinlich meine ausrüstung noch mal upgraden bevor ich die nächste schwierige stufe schaffe irgendwie kriege ich keine bessere loot mehr er hat mich erwischt gute arbeit die gute moni ja jetzt geht's ab jetzt ist party jetzt ist party die die auch kommt Weg mit dir. Das geht gut ab. Das hing mal echt die Vögel so gern. Komm schon. Das ist mit dir. Fertig? Nein. 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 Okay. Da war noch so einer. Da war keine Vögel kommen. Langsam. Was war denn das für ein Sprung? Wow. Oh. Das war's mit dem. Obten und Vogel. Mit dir schon vermasselt. Na toll. Genau was ich haben wollte. Oh. 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 Ne. 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 Von dir. Das hat's ja. Ach komm schon. Oh, das war's. Das war's. Gold? No? Okay. Dann halt nichts. Dann bleibt die schwache Loot auf dem Körper. Ja, danke fürs Zuschauen. Ansonsten tschüss.